Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Hello Neighbor. Ich muss jetzt schon laufen, ich bin doch gerade erst rausgekommen. Das stimmt wirklich nicht. Der ist schnell. Oh Gott, nimm das. Wie schnell ist denn der geworden? Okay, okay. Wir müssen noch ein Ventil finden und So, sorry, ich musste gerade meinen Controller sauber machen. Der war voller Liquid, keine Ahnung warum. Wieso habe ich jetzt nen Tierkarten in der Hand? Ah, das andere habe ich doch noch geworfen. Okay, wir müssen uns ins Haus schleichen. Ich weiß jetzt nicht, wo der Kerl gerade rumhockt. Ich hoffe jetzt, dass er nicht in diese Richtung kommt. Ich hoffe, dass er da ins Fenster geht. Irgendwo war das hier. Hier war das irgendwo. Da. Habe ich es jetzt auch so lange gemacht? Ich glaube, er ist über mir. Ich hasse es, in diesem Haus zu sein. Ist er in meinem Schrank? Scheiße, die Kamera, ne? Ja, es hat funktioniert, Freunde. Es hat funktioniert. Ja, nimm es doch. So. Jetzt habe ich dieses Ding ins Kirchens. Und jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was wir damit machen können. Ich vermute mal, wir können damit dieses Ding hier bearbeiten. Dafür gehe ich mal kurz aufs Dach. Ähm... Es ist nachts. Der muss doch eigentlich schlafen nachts, oder? Oder? Scheiße. Ach, der ist wahrscheinlich gerade im Bett. Ich bin auf dem falschen Dach. Okay, jetzt müssen wir nur noch das richtige Ventil finden, oh. Ja, zeig mir an, dass ich damit interagieren kann, ah? Okay. Muss ich wahrscheinlich die finden. Okay, wir wissen, wo noch einer ist. oh nein der kann mich doch hier gar nicht sehen ok ok er ist genau da wo wir sein wollen da müssen wir hin ob er es gemerkt hat dass ich da mit ihrem geschraubt habe zu vermute mal es gibt mehr drei höchstwahrscheinlich wir gehen jetzt noch mal kurz hoch ich hoffe es ist unsere chance uns im haus um zu sehen ok nicht zudrehen mitnehmen ok 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 weiß jetzt nicht worum hängt aber wir haben schon einiges gefunden da ist die olle kamera nicht dein ernst mann ich treffe das ding nicht egal können wir das jetzt hier benutzen oh das ist ne kamera freuen wir uns ich dachte ich wäre in der falle gelaufen ok freunde gucken jetzt wie es mit dem wasser aussieht das wasser ist ja immer noch da aber vielleicht kann ich jetzt das ganze an diesen einen ort pumpen ok die kamera ist nicht aus war das schon immer abgeschlossen wo ist denn dieser ort ja war doch diese 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 die 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 tür irgendwo ne da waren wir auf jeden fall nicht drin muss ich erst die tür wieder finden scheiße ich hoffe er ist nicht gerade oben nein geht doch runter diese scheiß treppe und leiter man kann die leiter nicht richtig runter gehen bullshit so man hört jetzt hier überall wasser ne verdammte ort war hier oben irgendwo ne bitte keine kameras ok 6 kameras oder was ich habe nicht richtig zählen können 506 kameras waren das krass krass ich weiß ich finde den ort nicht mehr hä der war doch hier irgendwo bin ich jetzt blöd ich finde den ort nicht mehr ich weiße kameras verdammt ich habe irgendwas zum drehen nein hä wo waren das nochmal da ist er lang gelaufen kameras jetzt schwören können das war hier irgendwo aber ich könnte es richtig spüren so wollte ich das nicht machen endlich nicht bitte nicht ich kann nicht schwimmen ich kann nicht schwimmen nach die heizung hätten das wahrscheinlich heiß gemacht deswegen schalten wir die heizung ab okay ich verstehe okay ich bin draußen hat das ne scheiß kamera okay kannst du schwimmen oder du schwimmen du kannst nicht schwimmen ok ok ist das ein bug warte wir gehen jetzt zum hai das wasser beim hai müsste jetzt abgeschaltet sein genau Was ist das? Man hat mich gesehen, oder? Ah ja, dann kann man mich gesehen. Nein! Ja, was jetzt? Gute Frage, nächste Frage. Erstmal Scheibe einschlagen. Dann gehen wir hier hin und schlagen hier die Scheibe ein. Damit er dahin geht. Ja, das sind Tricks, Freunde. Das sind Tricks. Wie Tricks sein ist, weiß das. Das ist immer noch an. Ich schlagen mir noch ein paar Scheiben ein. Da habe ich etwa gesehen? Da ist auch irgendwas. Ich wünschte, ich könnte da rein. Okay, ja, was nu, Freunde, was nu? Wir haben jetzt die Scheibe eingeschlagen. Wir können jetzt durch die Scheibe rein ins Haus. Ich habe mich bitte nicht gesehen. Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Geh doch ins Haus. Geh doch ins Haus, verdammt! Geh doch ins Haus. Also, was ist der nächste Schritt? Was könnte der nächste Schritt sein? Wir haben jetzt das Wasser da reingepumpt. Es muss also auch eine Möglichkeit geben, das Wasser aus dem Pool des Heißes zu nehmen. Und vielleicht liegt da irgendwas drin, was wir gebrauchen können. Und ich persönlich glaube ja, aber am besten wissen wir, wenn wir hier reinkommen. Ach, komm! Das kannst du ja wohl nicht gewusst haben! Okay. Wir gehen nochmal zu der Apparatur im Haus. So, ähm... Das war ein bisschen unnötig. Irgendwie. Wir sind immer noch im Haus. Was war das denn? Riepumpe habe ich bereits benutzt. Mit dem Ventil. Aber was ist dann der nächste Schritt? Da ist eine Fußmatte. Seht ihr das? Da könnte richtig geiles Zeug drin sein. Wie pumpe ich das ab? Wir können ja schlecht einfach da hin und da drin... Ja gut, daran wird es ja wahrscheinlich nicht springen zu drehen. Da kommt das Wasser ja rein. Wie holen wir das Wasser da raus? Das ist die berechtigte Frage, Freunde. Scheiße, wo ist er denn? Gott, das kann ich deuten. Okay, jetzt steckt er erstmal in seiner eigenen Falle fest. Äh... Hm... Irgendwie eine Banane. Jetzt höre ich mir nicht wirklich weiter, ne? Ich kann den Ofen anmachen. Kann ich die Banane reinlegen? Oh, da sind Eier drin. Cool. Jetzt zieh ich mir rein. Hm... Ja... Okay, ist über mir, oder? Es muss irgendwo... ...noch einen Ort geben, wo wir Sachen abpumpen können. Ah, da oben geht es ja noch weiter. Krass, also ne, da waren wir ja schon. Da waren wir ja schon. Hm... 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 Ach, kannst du mich nochmal da hochschubsen? Ich steck schon wieder fest nachher. Kann ich nicht hier rauf? Alter, guck mal da. Aber wie kommen wir da rauf? Ah, ich verstehe. Was zum Teufel? Da war ein Wassereimer. Such dir ein Hobbymann. Was bringt das hier überhaupt drauf zu klettern? Ich weiß es nicht. Gar nichts im Winter. Ich muss da hoch. Ist nicht dein Ernst. Haha. Ich kann nicht laufen. Warte doch. Wir machen einfach den gleichen Scheiß normal. Damit wir dann niemals rechnen. Dass ich da einfach nochmal hinlaufe. So. Okay. Nein, falsche Seite. Das war so perfekt. Nur ist das die falsche Seite. Dreck. Probieren wir es nochmal schnell durch. Wer wird es nicht merken. Wer wird es nicht merken. schon wieder die falsche Seite. Was ist denn das? Ich will mich da rüber. Dann wird er nicht mit rechnen, dass ich es nochmal versuche. Ich bin gestorben. Wie kommt man denn sonst dahin? Ich sehe keinen anderen Weg. Das sieht mir zu abstrakt aus. Ich bin da schon mal hochgesprungen. Das weiß ich. Das Problem ist überhaupt, dann weiterzukommen. Ich bin da schon mal hochgesprungen. Wir schalten als allererstes mal die Kamera hier aus. Die wir wischen jetzt. Danke Kamera. Wir brauchen die Kartons. Das Problem ist, dass der, der, der Nachbar hier abkammelt. Nicht so cool. Okay. Insofern er nicht zurückkommt, hat er die Kamera wieder angeschaltet? Ja, Sack. Okay. Das war's für heute. Nein. Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Okay, ich, ich, äh, jetzt geht's. Der ist ja irgendwo, das ist doch nicht sein Ernst, Mann. Such dir ein Hobby. Puh. Habe ich's jetzt endlich geschafft? Okay. Wir müssen zum Wasser, weil der Typ hängt da rum. Wir nehmen die Banane und schlagen hier noch ein Brechsein. Lass mich in Ruhe. Hier, ich hält dich aus. Scheiße, die Kameras, ne? Das ist so, es ist so fies. Ja. Oh, ich hab ihn high. Ne Schaufel. Nehmen wir jetzt den Hai. Vielleicht brauche ich die nochmal. Ich weiß nicht so. Was machen wir jetzt mit der Schaufel? Lass da Treppen, äh, Leitern. In diesem Spiel. Wieso platzierst du da an der Kamera? Da bin ich doch im Leben nicht durchgelaufen. Nein, was mach ich denn? Wo bin ich? Wo bin ich? Was machen wir jetzt damit? Gibt's hier irgendwas Auffälliges? Ja. Hallo? Willst du nicht aufgehen oder so? Gut, Freunde. Was sich jetzt da drin befindet, das erfahren wir in der nächsten Folge, hoffentlich. Bis 12 Uhr aufkriegen. Haut rein. Euer Serum. Tschüss.